Rück im Exil, liebe Freunde, Barbaren und zukünftige Barbaren und was weiß ich nicht was. Sucht euch was aus, womit ihr euch angesprochen fühlt. Ja, beim letzten Mal haben wir immens viel geschafft. Wir haben eine Fackel, eine Axt, eine Spitzhacke und ein bisschen Kleidung hergestellt und ich bin hungrig. Sehr schön, geht ja gut los. Ich habe ja noch ein paar Insekten, die ich essen kann, ne? Hilft jetzt total. Gut, also fassen wir zusammen, ich brauche was zu essen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt was zu essen herkriegen soll. Das hat mir nämlich keiner verraten. Hm, Steine, ja. Steine kann ich aber wahrscheinlich nicht essen. Oh, guck mal, vielleicht hat der was zu essen in der Tasche. Den hat ich fast gar nicht gesehen. Gott hat diesen Sandsturm gebeten. Wir wurden gebeten, zu Hilfe, bevor der Wind die Haut aus unserer Gesichter schlug. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, der nimmt die Rüstung nicht. Bist du bescheuert? Ernsthaft? Hier liegt ein Toter mit einer Lederrüstung. Und du rennst in Pflanzenfasern rum. Das ist manchmal was, was ich bei so Spielen da nicht verstehe. Dann legt mir da keine Leiche hin, die eine Rüstung hat, wenn ich mir die nicht nehmen kann. Ah, rennt sie rum, wie Gott nicht schuf. Schwanz schleift schon auf dem dünnen Boden. Aber nein, warum sollte ich die Rüstung nehmen, die mich da schützen könnte? Vor irgendwelchen Viechern, die kommen. Ist ja total sinnfrei. Mann. Computerspielcharaktere sind manchmal echt deppert. Okay. So, gleich mal schauen, ob wir mal irgendwo hinkommen. Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal, wie die komische Stimme gesagt hat, der Straße. Nachdem wir uns ein Schwert gemacht haben. Schwert. Zehn Zwirn. Zehn Hersteller. Gut, dann zwirme du mal. Ich sammle währenddessen weiter. Und wie gesagt, dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Stadt. Okay. Muss auch noch mal gucken. Oh, komm, ein bisschen Holz nehmen wir mal mit. Liegt ja hier auch nicht so an jeder Ecke rum. Ich hab eigentlich echt gebammelt, dass dieses komische Vieh gleich wiederkommt. So. The arrows end in this leather skin cannot be removed without breaking them. Also die Pfeile können wir nicht rausnehmen. Ja, mein Gott, dann hast du halt Hunger. Dann ist noch ein paar Kacke lagen. Kann man die hier nicht essen? Kleine Samen der Pflanzen im Land der verdammten... Kann ich Pflanzenfasern essen? Toll. Ich hab Hunger. Wo soll ich denn jetzt was zu essen hernehmen? Ich bin gerade marginal überfordert. Bei gewissen anderen Spielen hast du wenigstens irgendwelche Früchte und Beeren sammeln können. Aber ich geh hier gleich drauf, weil ich nichts zu essen hab. Herstellen. So, dann können wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen. Na ja, geh mal weg. Du gehst da hin, dann tauscht ihr beiden die Plätze. Die Axt geht da hin. Und dann kommt das Schwert auf die Eins, wie es sich gehört. Okay. Ich hoffe, ich laufe überhaupt noch richtig. Das folgt der Straße. Die hört aber hier gerade auf. Oh, jedenfalls ein schickes... Was auch immer. Wir gehen jetzt auch mal hier weiter. Ja, ich hab Hunger. Ich weiß. Okay. Hier gibt's Bäume. Also eine Oase. Wo es Bäume gibt, gibt's anscheinend auch irgendwelche Viecher. An dem wir jetzt wahrscheinlich jemalig krepieren werden. Aber egal. Gut, wir haben, glaube ich, den Platz für unser erstes Lager entdeckt. Na. Das sieht aber nicht sehr hübsch aus. Okay. Press E to loot. Ja, toll. Gut, was zu essen gibt hier auch nicht. Ja, nee, ist klar. Wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Ich dachte, das wäre jetzt so der erste Ort, an dem ich mich ein bisschen erholen könnte. Okay, da gibt's zumindest auch Wild. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich das Wild mit meinem Schwert nicht erwischen werde. Ich glaube, es hat mich gefressen. Hm. Sehr schick. Okay. Hm. Ja. Ich wurde durch Durst getötet? Ernsthaft? Wollte mich verscheißern? Komm, guckt der sich jetzt nicht um? Ah, ich wollte schon sagen. Ähm. Jo. Och, ernsthaft. Hier kommt der guckstig. Okay, die sind nicht besonders kräftig. Das beruhigt mich jetzt schon mal. Aber... hilft mir jetzt nicht viel weiter, weil da vorne ist ein größerer. Egal, wir testen das jetzt einfach mal. Ansonsten nehme ich gleich einen Stock in der Hand. Komm her, Dicker. Was kannst du denn? Hast du ne Rüstung an? Bist du freundlich? Nein, du bist nicht freundlich. Oh, 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 oh. Komm, du boxe ich jetzt halt weg. ja gut okay also die kleinen können bei denen eher schwierig ja mensch das nenne ich doch mal einen wunderschönen screenshot den werden wahrscheinlich noch ein bisschen öfter sehen so ja ist klar sonst geht es aber noch wo setzen die mich hierhin habt ihr ein schussrad bleibt ruhig da liebe riesige gigantische fledermaus ich muss hier nur ein bisschen material sammeln und dann bin ich ja schon weg weiß zwar noch nicht so genau wohin oder so vorne sieht auch interessant aus naja zumindest hat jetzt kein lust hat ja auch seine vorzüge okay also diese hirsche waren wahrscheinlich schon mal ein gutes zeichen die könnten eine nahrungsmittelquelle darstellen was mir nichts bringt wenn drumherum lauter fiecher rumlaufen die mir an den kragen wollen auch offen halten das sind ein paar bäume Okay, zumindest sehe ich jetzt im Moment keine merkwürdige Kreatur, was nichts heißen muss. Bei meinem Glück tauchen die gleich trotzdem auf. Das kann man nicht einsammeln. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir möglichst schnell an ein Schwert wiederkommen. Wir haben jetzt natürlich alles verloren und ich habe keine Ahnung, wo meine Leiche liegt. Baue ein Bett, um deinen Respawn-Punkt zu ändern, sagen sie. Grandiose Idee. Stell ich mein Bett mitten in der Wüste auf. Kann ich euch einsammeln? Nein, kann ich dich einsammeln? Brauchst ein Werkzeug. Okay, wir nehmen ja erstmal ein paar Pflanzenfasern mit. Oh. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Aber ist das einer von den Großen oder von den Kleinen gewesen? Versteck mich im Gebüsch. Lolololololo. Okay, das ist theoretisch einer von den Kleinen, ne? Den haben wir ja mit der Hand eigentlich relativ geschmeidig weggeboxt. Inventar... Zwirn. Sehen. Okay. Das Geräusch kommt von den Viechern oder was? Ach, vom Crafting. Mein Gott. Erschreckt mich mal. Was brauche ich denn noch für das Schwertholz, ne? Fünf Holz und 20 Steine. Gleich wird's Nacht. Der Survival erfahrene... Oder die Survival erfahrene Stimme in mir sagt, gleich wird's kalt. Wer hat mich da jetzt angegrunzt? Ach, da oben ist noch so ein... Ja, schön, dass wir gerade da unten standen und der uns quasi hätte auf den Kopf kacken können. Eieieiei, das wird noch eine Schose hier. Egal, ich hab mich dazu entschieden, das zu spielen, also sterben wir das jetzt durch hier. Toll, ich hab keine Fackel. Kein nix, aber ich muss wenigstens ein Schwert hinbekommen. So. Boah, jetzt wird's aber auch arg düster, ne? Ha, arg düster, verstehst du? Ah, toll. Uns fehlt immer noch Holz. Drei Stück, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt da unten in der Oase suchen, wo diese Viecher rumkrebsen. Eieieiei, eieiei, eieiei. Na ja, wir können uns auch mit zehn Zwirn, also zehn Faden oder was auch immer das... Ja, Zwirn ist ja eigentlich Faden. Können die dann mit Fäden totschmeißen. Okay, das Sichtfeld ist nachts so ein bisschen eingeschränkt, also es dämmernt so von den Seiten. Ich weiß nicht, oder doch müsste man eigentlich sehen. Aber nicht, wenn man zur Lichtquelle guckt, das ist echt interessant. Oh, und da hinten ist auch eine Lichtquelle. Ein Lagerfeuer, das ist ja quasi eine Einladung, ne? Das heißt doch im Grunde, äh, komm mal vorbei. Bestimmt noch ein Schnitzel für dich übrig. Aber bevor wir uns das angucken... Herstellen. Okay. Ich höre den Wind und ich höre irgendwelche merkwürdigen Geräusche. Okay, das sieht gut aus. Da unten brennt auch irgendwas. Oh, mein Bett. Kann ich hier schlafen? Okay, das ist ja. Okay. Ich habe keine Angst, um mich zu töten zu töten zu töten zu töten. Sie sind Mongrelen. Sie schreien die Blöden von Schleimern und Kommonern. Und so, wie sie nicht schreien, um die Räume zu spüren. Insofern, ich bin mit Hand, Fuß und Mache, und schraubt nach dem Gott. Sie haben mich für die Vulturen, aber ich wurde von einem Mann. Ein Mann, Klingeln und braun. Ich habe noch nie gesehen, wie in den Stadt Schem. Er kam zu mir, als ich aus der Krohseh, und die Bühne blühe war eine Herausforderung. Ich habe mich nicht gewohnt. Jetzt bin ich auf der Seite des Wastelands, als eine Frau von Prinzen, als eine namelste Exile in einem Land nicht kennenlernen. Okay, bist du jetzt fertig? Danke. So, ich würde jetzt gerne hier schlafen. Geht das? Toll, was hier steht? Ein Bett. Aber nein. Also, ne? Bett. Da liegt eine Decke, dann wird es schon wieder hell. Okay, relativ kurze Nächte. Da unten treibt es wieder irgendwas rum. Ich würde jetzt eigentlich lieber erstmal hier oben bleiben, ehe ich da runtergehe. Und mit sowas wie einer... Eieieiei. Okay, da vorne ist nochmal ein Lagerfeuer. Aber ich möchte ganz gerne mein Überleben erstmal sichern hier. Fünf Holz, 20 Steine. Wir brauchen noch Steine. Okay, dann fällen wir erstmal hier so ein paar Bäume. Gucken, dass wir ein bisschen was leveln. Ein bisschen was... Schimmert da hinten was rot. Okay, das sieht geil aus. Das muss man sagen. Naja, den Rest gucken wir uns in der nächsten Folge an. Haltet mir den Rücken frei. Lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen da, wenn ihr mögt. Und schaltet auch in der nächsten Folge Exile wieder rein. Euer Quinn. Macht's gut.